Hallo meine Lieben, und zwar habe ich einen kleinen Mini-Haul. Und zwar waren wir gerade beim Nettomarkt und beim Lidl. Beim Nettomarkt haben wir für 95 Cent noch eine Milch geholt. Dann für heute Mittag für 92 diese Burger-Patties, die sind super lecker im Airfryer. Dann beim Lidl, in der Lidl Plus App, ab 1 Euro Einkaufswert, bekommt man diesen Eistee geschenkt. Da sind 1,5 Liter drin, da zahlt man nur die 25 Cent Pfand. Und dann haben wir dafür 1,99 Euro für heute Mittag diese Curry-Frizes geholt. Dann haben wir im Lidl noch eine Milch geholt. Und wir haben im Lidl für 1,09 Euro den Käse geholt, den mache ich auf die Burger-Patties mit drauf. Und für 1,19 Euro Geflügel-Mortadelle haben wir geholt. Im Lidl waren es 6,37 Euro und im Nettomarkt waren es 3,94 Euro. Und dann waren wir noch gerade tanken. Und mein Mann hat sich für 2,50 Euro an der Tankstelle noch die Zigaretten losgeholt. Genau. Das war es auch schon. So, jetzt werde ich hier mal aufräumen, sauber machen. Hier das wegräumen. Und ja, genau. Wenn euch mein kleiner Mini-Hall gefallen hat, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Et Däumschel, ihr seid Räumschel. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dann bepasst ihr keines meiner Videos. Und dann würde ich sagen, passt gut auf euch auf, denn das tue ich auch. Bleibt gesund und bis dahin. Tschaui. 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 Vielen Dank.